Ich bin der Toni Stocker, bin Bergführer da in Sulden im Reich von König Ortler und wie wir sehen, hinter mir die traumhafte Winterkulisse ladet natürlich ein zum Skitouren gehen und was braucht es natürlich um auf einem Skitour sicher unterwegs zu sein? Es ist schon mal eine gute Tourenplanung eine Voraussetzung, das heißt man muss einmal Lawinenbeurteilungsvermögen mit sich bringen, muss natürlich auch einen Wetterbericht checken, muss einen Lawinenloggerbericht vorab checken und letztendlich ist natürlich die Ausrüstung was man dabei haben soll sehr sehr wichtig. Dazu gehört eigentlich die Notfallausrüstung, LVS-Gerät, Sonde, Schaufel, natürlich dazu noch für eine erste Hilfe, für einen ernstvollen Erste-Hilfe-Set, ein Biwak-Sack und nicht zuletzt auch noch ein paar gute Marent und etwas Gutes zu trinken, um dass man einfach die Bergwelt, wenn man auf dem Gipfel sein, in allen Zügen genießen kann.